Das ist so schlimm! Deswegen große! Das ist keine große! Ich fühle die Platz, oder? Was? Mobeln! Was zum Vorlesen, bis er die alle vorgelesen hat. So, und wir begrüßen unsere Akteure an der Peter-Svenia-Chori mit Eglina, Franziska Herr mit Conny, Katrin Mäder mit der Penny, Ramona Cori auf Leica, Christina Cori mit der Luzzi, in Sachen von Sion, da sitzt Manuela Winterhalter, die Eiswehe hat Carina Kuriges, Christina Faller mit Fanny, Nadine Neumeyer mit der Fox Lady, im Sattel des Hostes, Ronald Dolm, mit Mede dabei, und Elena Schill, Ramona, im Sattel dieser Ramona, Markus Beckerer, Yassin Zähle mit Benina, Rannkampen Zähle mit Flamino, Stephanie Müller mit Lena, Katharina Schwenk mit der Ica, Markus Schuhler mit Hamela, mit Sattel von Potenegro, Katharina Schuhler, Mariana Schütz mit Wilkzang mit Kinaschuhler, mit Ica, Claudia Schwenker mit Kürzchen, Franziska Krüpper mit Mona, Mirjam Schwenk mit Kine, und Lutte Carlsenbach mit der Ibigenie, mit Spaß, mit der großen Drei-Quatt-Wilge. 24. 24. 24. Aber eigentlich jetzt gezählt zu haben. 24. 26. 27. 25. 25. 29. 26. 26. 27. 26. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist nicht leicht, was sie da machen. Das war's für heute. 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 Genau. Das war's für heute. 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 Weiter. Das war's für heute. Bis jetzt an den Tag. Bis zum nächsten chemotherapy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war sie, die große Reitpatrielle mit 24 Schwarzwälder Kaltbutzherden und wir sagen Dankeschön an Svenja Kuri mit Elina, Franziska Herr mit Conny, Katrin Wälder mit der Penny, Ramona Kuri mit Laika, Christina Kuri auf Lucy, Manuela Winterhalter mit Fiona, Karina Kuri mit der ISP, Sina Faller mit Fanny, Nadine Neumeyer mit Fox Lady, Roland Doldt mit Rossfest, Elena Schill mit der Nele, Markus Becherer auf Ramona, Jasmin Zähle mit Felina, Ann-Kathrin Zähle mit Flamino, Stephanie Böhler mit Lena, Katharina Schwenk mit Inka, Markus Schuler mit Habana, Einbruchsschule auf Montenegro, Karina Schutz mit Glückfang, Bettina Schule mit der Inbira, Claudia Schwenker mit Bülken, Patricia Körner mit Wohler, William Schwenk mit der Ime und Ute Kaltenbach mit Iphigenie.